Moin Sein und Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von BreakForce Ich hab's nicht aufgenommen Jetzt laber ich die Begrüßung rein Zusammen mit dem, wo ist er, mit dem Didavi hier Hallo Ihr seht schon Hallo Youtube Und wir spielen heute auf der Map Dusty Mal gucken wie es wird, du zockst Sniper Ok Bist du denn so heftig auf Nahkampf mit Sniper? Darf ich dir diese Frage stellen? Ja darfst du, nein bin ich nicht Aber ich bin heftig mit Weltraumlades So wie ihr seht, ich hab kein Prämie mehr Und mal gucken ob ich überhaupt nen Kill mache Naja, wo geht Oh hier sind zwei Leon hat kein Premium, helf mir Von hinten warte ich komme Renn, meine Fee, ich helfe dir Jetzt glaubt mich der Typ mit dem BrickRanger set, ey OLTER Es ist so ungewohnt ohne Prämie, das kann ich dir sagen Was hat denn der für ne Waffe? Ne T-Rex Oh ja, erstmal dippeln Du bist schon tot Jawohl ey, 48 Score, ich bin ein richtig häftiger Ja White Shark Ja auf jeden Fall Aaaaaaah, nein Alter Da war ich instant Boah, Alter ich geh auf Assist diese Runde Ich werd die meisten haben, pass auf Oh Mein Aim Ich treff nix Standard Nein Spaß Warte Den troll ich Nein, falsche Waffe Nein Oh Gott mein Aim Das ist grad auch scheiße Du hast mich angesteckt Ich hab die, die Davidsche Krankheit Das wird jetzt offiziell eingetragen Nein Jetzt kommt Gold-Orient Den hast du jetzt nicht gestealt Hab ich auch nicht, das war der andere Ja erstmal mich beschuldigen ey Mann bist du gemein Oh ne das eklig Oh fuck Oh fuck Oh Boah Boah Ich kann nix ohne Prämie ey Ich bin dreifach negativ ey Boah das ist so peinlich diese Runde Was? Boah das ist so peinlich diese Runde Ich bin 1-3 negativ ey Oh wow wow Oh wow wow Oh wow wow Boah Luki Ich ist nicht nach Clan Kick Äh nicht nach und nicht nur nach Clan Kick Junge Nein Mein Ingame Sound ist einfach viel zu laut Ich hab alles auf so leise wie je runter gedreht Selbst dann ist es grad so richtig laut Boah ich hab nix keinem Ich hab ja kein Prämie Alter das kotzt mich an Weißt du wenn du kein Prämie mehr hast Dann weißt du erstmal was dir fehlt Jawohl nächster Assist Ich spiel 1-6-4 Sehr gut Also ich will ja nicht pushen hier aber Ich geh jetzt drauf Scheiß ah ne doch Ja ich will nicht pushen Hier war negativ So läuft der kalte Boah der Gott Nein Der macht mich one hit Ich fass es nicht Hat der mich erschreckt Der macht mich einfach one hit So ein Arsch Oh 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 Ich werd schon wieder Boah das kann nicht sein 1-6-6 Also meine lieben Zuschauer Aber alle bis die hier irgendwo guckt haben ja Ich tue mir leid ich hab wirklich noch nie so scheiße gespielt Außer gegen Blutmax und Zaberg 1 als ich damals mit ihrem No Recall Hack gespielt habe aber das ist ne andere Geschichte Boah alter 1-8-1 Lowest score Lowest score Nein 1-9-1 Das kann nicht sein Warte Boah kommt das Das gibt nen Kill Jawohl Also ich hab jetzt quasi geschafft Na ich hab nen zweiten Kill gemacht Jetzt kann ich in Ruhe noch mehr Assist kriegen Boah alter noch ein dritter Kill ey jetzt läuft das aber Nur noch doppelt negativ Ich spüre es Das jetzt kommt meine Runde Jetzt kommt mein Moment Das kann nicht sein Oh der ist ja schon tot Der fickt mich einfach mit Pistil Hä? Der fickt mich einfach mit Pistil Dieser Dehner LP live Oh man Willst du meine Waffe aufheben? Aber du lässt ihn überhaupt an Na ich hab's auch äh Keine Ahnung das musst du entscheiden Du bist der Rumorster Also in diesem Fall ist er abgezogen Ja das heißt sie abgezogen das heißt äh Bereitswillig übernommen Okay Entschuldigung Was soll uns die ganzen lieben Leute von dir denken Nein von Hitze 1 AP Der hat Hälfte Ja jetzt fixen die halt von hinten mehr Oh ich hab nix mehr Der legten Schribbel hin einfach Äh Ich muss sagen Ich bin von meinem Team schon ziemlich über der Marge Ich bin der einzige der negativ ist He he du Affenkind He he Groß gezogen von Orang Utams Im Wald Im Urwald Boah ich hab nen richtig geil Pass auf Wie nennt man die Blätter im Urwald URLAUB Ah Ha 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 Wie nennt man die Blätter im Urwald Urlaub Ah Ha 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 Achso hey schau mal hinter dich Hallo Willst du meine Waffe? Hallo Ja die hab ich auch das weißt du doch Oh die Medaille kannst du mir rüber rutschen lassen Ne ne Au Warte ich rush die Basel Er killt mich Ohne Premiere läuft echt nix Wir machen jetzt ehm ein Double Rusher Ne ich bin die Oh nein Bin gut Boah ich hab nur 11 Assists ey was da los ey Ja ich hab 10 Das wird ja ein Assist Battle Du kannst die Folge nennen Assist Battle zwischen mir und GP Ich hab den schon wieder angeht Ich nehm doch gar nicht auf Ich nehm dann die nächste Runde mit dir auf Achja stimmt Ich achte da nicht drauf Ich bin ziemlich verpeilt Welches Aufnahmenprogramm benutzt ihr? Moment ich antworte kurz Was? Ey wie sowieso Porn intensiert ey So eine Scheiße Ich wollte U-Porn schreiben Alter Alter kam da Nates Was du nimmst mit U-Porn auf? Ja natürlich nehm ich mit U-Porn auf Junge Bestes Aufnahmenprogramm der Welt Was ist Fraps gegen U-Porn? Shadowplay ist geil Kannst du Shadowplay empfehlen? Ja mit Shadowplay nehm ich auf Na gut Ist halt ein bisschen was mit den und her geschiebe Ich bin schneitechnisch ziemlich unbegabtes Wobei mir rechts grad nur so ein Intro vorne ran zu schneiden Ja gut das wär mir auch nix anders Mit was renderst du? Jetzt kommts Ah wie Demox ja? Das hab ich gedacht würden aus Movie Maker Ja damit will ich eigentlich rendern Alter will ich aus Äh Oh shit Ich bin aber weiss Was? Windows Movie Maker aufgenommen Windows Movie Maker Ich kanns als Aufnahmenprogramm nicht beurteilen Ich kanns nicht beurteilen Wie gesagt Ah wie Demox Meine Videos ja haben wir hier Qualität Ultra HD 144 Pixel Wenn's reicht Also wenn ich meine Videos immer ansehe Dann denk ich immer ich hab 143 Pixel aufgenommen Schlecht wie das ist In Deckung In Deckung In Deckung In Deckung Also ich nehm mit Sony Vegas Platinum 13 Ah Hä? Von der Seite Das kann nicht sein der kriegt mich auch noch Weil ich einfach nicht gepostet hab Alter ich laber seinen Scheiß Weil Sony Vegas Platinum 13 render ich nicht aufnehmen Oh da kommt Kannst du das empfehlen? Ja Aber es kostet halt Geld Ja gut wozu gibt's Wozu kann man solche Programme cracken? Ne das brauchst du aber nicht cracken Das ist die billige Version sag ich jetzt mal Von Äh Ding Von Sony Vegas Okay Das kostet aufs Das gibt's jetzt nämlich seit neuestem mal auf Steam Hast ich mir erstmal geholt für Mitte 40 Euro oder irgendwie so Also und das geht vollkommen klar Weil es einfach ein richtig gutes Render Programm ist Na gut wenn du es wie gesagt wenn du es empfehlen kannst wenn du klarkommst ist das gut Alter ich spiel 10 zu 14 zu 16 das wird immer schlimmer grad ey Ich hab selbst mehr Downs als Assists Von irgendeinem Gast der hier Rechte braucht Du hast ja Mini-Security ne? Ja Ja Der hast du mal Boah der Hardscope da oben ey Nein Nur jetzt in AP Hoffentlich gehst du nochmal drauf Boah alter hoffentlich nicht ey das wär voll bitter Das wär richtig peinlich Hinter dir hinter dir NOOOOOOOON Oh Gott Boah ich schreie zu viel rum sonst kommt er sich mein Vater wieder hochgerammelt wie so ein Nasrl Was war's da? Na gut Leute das war Ich würde sagen aber hier 1117 Ja ich will nicht pushen 1117 Ja beste KD So Leute das war's von mir Wir sehen uns gleich wieder bis dann haut rein Ciao